9.015 zu 56 Philipp Steinhardt schlägt die Hereingabe Doch im Strafraum gehen gleich zwei Osnabrücker zu Boden, die Gäste bekommen den Freistoß zugesprochen. Das war's dann wohl. 9.015 zu 55 Die angezeigte Nachspielzeit ist bereits um, doch es gibt nochmal Freistoß für die Löwen. Die Torentfernung ist groß, doch auch der Torwart begibt sich nun in den gegnerischen 16er. 9.015 zu 54 Ein Konter über Felix Agiu wird abgefangen. Marco Hiller nimmt den Ball auf und leitet den wohl letzten Angriff ein, denn es sind nur noch 60 Sekunden zu spielen. 9.015 zu 52 Es gibt noch einmal Freistoß für die Löwen. Die Hereingabe vom linken Flügel wird aus dem 16er geköpft, doch im Rückraum ist Daniel Wein zur Stelle und zieht ab. Der Abschluss bleibt in der Osnabrücker Abwehrwand hängen. 9.015 zu 50 Daniel Chiu nimmt mit der Einwechslung von Felix Agiu noch ein paar Sekunden von der Uhr. Viel bringt es ihm allerdings nicht, denn der vierte Offizielle zeigt stolze 5 Minuten Nachspielzeit an. 9.015 zu 49 Offizielle Nachspielzeit Minuten 59.015 zu 49 Einwechslung bei VfL Osnabrück Binde Strich Größer als Felix Agiu. 9.015 zu 49 Auswechslung bei VfL Osnabrück Binde Strich Größer als Anna Swahim. 9.015 zu 49 Eine abgefälschte Hereingabe bringt den Löwen noch einen Eckball von der rechten Seite. Am langen Pfosten ist jedoch Nils Körbert zur Stelle und Romwald Lakerzette bleibt im Strafraum liegen. 8.815 zu 481.860 bekommt nach vorne nichts mehr zustande. Niko Kager leitet auf links zum eine wechselten Romwald Lakerzette weiter, doch das Zuspiel gerät viel zu lang. 8.615 zu 45 Gelbe Karte für Luca Pfeiffer, VfL Osnabrück. Der Ball ist längst weg, trotzdem stellt Luca Pfeiffer seinen Körper in den Laufweg von Prinz Oyusu hinein. 8.515 zu 44 Barschwimm-Rennecke lässt sich bei einem Einwurf von der rechten Seite natürlich viel Zeit. Kaum bekommt er den Ball wieder, begibt er sich in Richtung Eckfahne und holt prompt den nächsten Einwurf heraus. 8.315 zu 42 Die Hausherren haben nichts mehr zu verlieren und werfen alles nach vorne. Doch Osnabrück zeigt nun wieder die breite Brust eines Spitzenreiters und lässt in Überzahl nichts anbrennen. 8.015 zu 39 Tor für VfL Osnabrück 1 zu 2 durch Benjamin Geert Was ist der Benjamin Geert für ein abgebrühter Torjäger? Einen scharf getretenen Wachimek Ball von links leitet ein Verteidiger unglücklich mit dem Kopf auf den zweiten Posten weiter. Wieder steht Benjamin Geert goldrichtig und nickt aus kurzer Distanz ein. Für die Leihgabe aus Kiel ist es der dritte Treffer im zweiten Spiel. 7.815 zu 38 Kurz vor seiner Auswechslung peitscht Sascha Möldas die Fans nochmal richtig ein. Mit Romuald Lakerzette betritt ein Außenbandspieler das Feld, wahrscheinlich ist die Variante mit zwei Mittelstürmern Daniel Birovka in Unterzahl zu riskant. 7.815 zu 36 Einwechslung bei TSV 1860 München Binde Strich Größer als Romuald Lakerzette 7.815 zu 36 Auswechslung bei TSV 1860 München Binde Strich Größer als Sascha Möldas 7.715 zu 36 Auch die Münchner Löwen hoffen mit ihrem Anhang im Rücken auf die Überraschung. Trotz Unterzahl warten drei Angreifer im 16er auf eine Flanke von links, doch die Hereingabe wird abgefangen und leitet einen Osnabrücker Konter ein. Es geht hin und her, 7.515 zu 34 Wieder geht ein Akteur zu Boden, diesmal hätte es Konstantin Engel erwischt. Der Verteidiger bleibt nach einem Luftduell mit Prinz Ojosu an der linken Außenlinie liegen und bekommt zudem von Sascha Möldas ein paar unschöne Worte zu hören. Der Unparteiische hat seit dem Pausentier eine Menge Arbeit, verzichtet in dieser Szene aber auf Karten. 7.415 zu 331.860 kann mit einem Freistoß aus dem Halbfeld für Entlastung sorgen. Die Hereingabe bringt jedoch keine Gefahr und Osnabrück schaltet sofort wieder den Vorwärtsgang ein. 7.215 zu 32 Der VfL drängt in Überzahl auf den Dreier. Benjamin Gielb wird mit einem Steilpass von der Strafraumkante in Szene gesetzt und taucht frei am rechten Pfosten auf. Der Assistent hat den ehemaligen Meppner jedoch im Abseits gesehen, die Entscheidung ist strittig. 7.015 zu 31 Die Einwechslung hat sich schon jetzt gelohnt, Luca Pfeiffer rüttelt mit einer riesigen Kopfball-Chance seine Mitspieler war. Eine Weihm-Flanke von der rechten Seite verlängert der 22-Jährige am ersten Pfosten, gerät aber etwas in Rücklage und setzt das Leder knapp am langen Eck vorbei. 6.915 zu 29 Daniel Chihun reagiert und bringt mit Luca Pfeiffer einen neuen Angreifer. Der unauffällige Flügelspieler Steffen Tigges verlässt den Platz. 6.915 zu 28 Einwechslung bei VfL Osnabrück Bindestrich größer als Luca Pfeiffer 6.915 zu 28 Auswechslung bei VfL Osnabrück Bindestrich größer als Steffen Tigges 6.715 zu 28 Vor allem die Einwechslung von Prinz Oyozu hat den Löwen gut getan, der Angreifer verschafft sich mit seiner rückigen Spielweise den Respekt der gegnerischen Abwehrreihe. 6.915 zu 26 Momentan geht die Taktik voll auf. Es ist nicht zu spüren, dass Osnabrück mit einem Mann mehr auf dem Platz steht. Der Spitzenreiter wirkt verunsichert. 6.315 zu 25 Im Sekundentakt gehen Spieler zu Boden. Die Münchner Löwen dürften in Unterzahl noch mehr daran interessiert sein, den Spielfluss zu unterbinden und keine Kombinationen der Gäste zuzulassen. 6.115 zu 20 Tor für TSV 1860 München 1 zu 1 durch Sascha Meldas aus dem Nichtsgleichen die Hausherren aus. Einen hohen Ball in die Spitze köpft Mauritze Trapp unglücklich in den Lauf von Prinz Oyozu. Der eine wechselte Angreifer hat gegen zwei Verteidiger keine Chance, legt aber mit etwas Glück links rüber zum mitgelaufenen Sascha Meldas, der aus 18 Metern und Halblinker Position flach in das kurze Eck trifft. 6.015 zu 19 Gelbe Karte für Prinz Oyozu, TSV 1860 München Prinz Oyozu fügt sich sofort in das hart geführte Spiel ein und fährt im Luftkampf den Eelenbogen aus. 5.915 zu 19 Daniel Birovka reagiert, umgehend und bringt mit Felix Weber den eigentlichen Kapitän und einen neuen Innenverteidiger. 5.915 zu 18 Einwechslung bei TSV 1860 München Bindestrich größer als Felix Weber 5.915 zu 18 Auswechslung bei TSV 1860 München Bindestrich größer als Stefan Lecks 5.715 zu 15 Rote Karte für Aaron Bergsel, TSV 1860 München Jetzt kommt es knüppeldick für die Hausherren. Benjamin Geert ist auf einmal frei durch und wird von Aaron Bergsel mit den Armen am Weiterkommen gehindert. Der Verteidiger ist letzter Mann und wird vom Unparteiischen vom Platz gestellt. 5.615 zu 15 Fußball wird auch noch gespielt. Ein Abpraller landet auf der linken Strafraumseite bei Steffen Teges, der mit einem Flachschuss ins lange Eck trifft. Ein im Abseits stehender Mitspieler verlängert aber noch mit der Fußspitze, der Treffer zählt nicht. 5.415 zu 13 mit David Blascher verlässt der nächste Akteur verletzungsbedingt den Rasen. Der ehemalige Wiesbadener ist nach einem Luftduell wohl unglücklich aufgekommen und macht nun Platz für den Drittliga-Rekordspieler Tim Daneberg. 5.415 zu 12 Einwechslung bei VfL Osnabrück Binde Strich Größer als Tim Daneberg 5.415 zu 12 Auswechslung bei VfL Osnabrück Binde Strich Größer als David Blach 5.215 zu 12 Pirin Moll, der schon gegen Lotte verletzt, pausieren musste, verlässt rumpeln, den Platz. Das sieht nicht gut aus. Bielefeld-Leihgabe Prinz Ojosu kommt bereits jetzt zu seinem Debüt 5.215 zu 11 Einwechslung bei TSV 1860 München Binde Strich Größer als Prinz Ojosu 5.215 zu 10 Auswechslung bei TSV 1860 München Binde Strich Größer als Quirin Moll 5.015 0 9 Der Start in den zweiten Durchgang ist von vielen Unterbrechungen geprägt. Nun scheint es Quirin Moll-Ernster erwischt haben, nach einem Pressschlag mit Ulrich Teffazhofer muss der ehemalige Braunschweiger behandelt werden. 4.815 0 8 Wie schon so oft in der ersten Hälfte wird Stefan Lex zu Fall gebracht. Diesmal gibt es den Freistoß wirklich, der Versuch von Philipp Steinhardt bringt jedoch keine Gefahr. 4.615 0 6 Es geht weiter. Beide Übungsleiter verzichten zunächst auf Wechsel. Ein Löwen sitzt mit Winterneuzugang Prinz Ojosu noch ein Mittelstürmer auf der Bank. 4.615 0 4 Anpfiff 2 Halbzeit 4.514 zu 57 Halbzeit Fazit Spitzenreiter Osnabrück befindet sich auch bei den heimstarken 60ern auf Erfolgskurs. 1860 legte einen engagierten Start hin, doch auch die Mannschaft von Daniel Chiun war schon früh hellwach und ging nach sieben Minuten mit der ersten klaren Gelegenheit durch ein Kopfballtor von Winterneuzugang Benjamin, gilt in Führung. Die Münchner brauchten eine Weile, um den Rückschlag zu verdauen, spielten dann aber wieder mutig nach vorne. Osnabrück stand hinten jedoch bombensicher und setzte immer wieder gefährliche Nadelstiche. Vor allem Anders Weihim sorgte mit seiner Schnelligkeit für Sorgenfalten in der 60er-Abwehr. Daher hätte sich 1860 auch über einen höheren Rückstand nicht beschweren dürfen, so ist für den zweiten Durchgang aber noch alles offen. 4.514 zu 9 und 40 immer wieder geht Stefan Lex im letzten Drittel zu Fall, kaum einmal bekommt der Erdinger den Freistoß zugesprochen. Doch die Wiederholung zeigt, dass der Unparteiische auch in dieser Szene richtig liegt, denn der Osnabrücker trifft mit seiner Grätsche nur den Ball. 4.414 zu 46 gelbe Karte für Efkan Bekirulu, TSV 1860 München. Weihim hat viel Platz vor sich und zwingt Bekirulu mit seinem schnellen Antritt zum taktischen Foul. 4.214 zu 46, doch die Hereingabe aus großer Distanz stellt die Gäste nicht für Probleme. Nils Körber muss nicht eingreifen, 4.114 zu 441.860 er schaltet schnell um und Nico Kager wird an der Seitenlinie zu Fall gebracht. Patrick Alt gibt erst den Vorteil, spricht den Löwen dann aber doch den Freistoß zu. Philipp Steinhardt macht sich bereit. 3.914 zu 43, der VfL nimmt kurz vor der Pause das Zepter in die Hand. Von der zentralen Strafraumkante drischt Konstantin Engel einen Abpraller nur knapp über das linke Winkeleck. 3.714 zu 41, nun sorgt Steffen Tilges mit einem weiten Einwurf für Gefahr. Der Unparteiische unterbricht den Angriff allerdings, Quirin Moll hat wohl einen Schlag abbekommen. 3.514 zu 38, die Niedersachsen haben derzeit alles unter Kontrolle. Zeigweise stehen sie mit elf Mann in der eigenen Hälfte und machen den Münchner Angreifern das Leben schwer. Manchmal setzen sie aber auch brandgefährliche Nadelstiche. 3.214 zu 36, der VfL wird wieder aktiver. Benjamin Gier legt mit dem Rücken zum Tor auf Anna Swachim ab, der aus 20 Metern mit einem Gewaltschuss für Gefahr sorgt. Die Kugel wird abgefälscht und segelt knapp über den Querbalken, es gibt Eckball für die Gäste. 3.014 zu 34 in der Sechstsieger-Funkurve herrscht Aufregung, denn direkt vor den Anhängern dringt Stefan Lex in den Strafraum ein und geht spektakulär zu Fall. Für einen Elfmeter reicht es allerdings längst nicht. 2.814 zu 31, David Lascher bringt die Hereingabe, doch der Unparteiische hat im Sechzehner wohl ein Stürmerfaul gesehen und unterbricht die Szene. 2.714 zu 30, nun taucht Anna Swachim mal auf dem rechten Flügel auf und bringt eine türkische Hereingabe in die Mitte. Aaron Berzel geht auf Nummer sicher und klärt zum Eckball für Osnabrück. 2.514 zu 29, Stefan Lex kann ein Zuspiel gerade noch vor dem Entgleiten ins Tor rausbewahren, rutscht aber selbst hinter die Linie und verliert den Ball. 2.314 zu 27, da sich die Sechstsieger gegen dicht gestaffelte, Gäste schwer tut und Osnabrück kaum mehr vor dem gegnerischen Kasten auftaucht, gestaltet sich die Partie nicht mehr ganz so abwechslungsreich wie in der Anfangsphase. Anfangsphase, 2.114 zu 241.860 ist gegen den Spitzenreiter klar um Spielkontrolle bemüht und bleibt die engagiertere Mannschaft. Osnabrück lauert mit der Führung im Rücken auf Konter, 1.914 zu 22, wieder gibt es Freistoß für die Löwen. Den unplatzierten Versuch von Efkan Bekeoglu aus zentraler Position nimmt Nils Körber aber sicher auf 1.814 zu 21, gelbe Karte für Anas Wahim, VfL Osnabrück. Wahim holt sich für ein taktisches Foul gegen Quirin Moll die vierte gelbe Karte in dieser Spielzeit ab, 1.714 zu 20. Die Sechstsieger wollen einen Freistoß schnell ausführen. Patrick Alt pfeift die Hausherren zwar zurück, doch auch die anschließende Hereingabe vom rechten Flügel bringt Nils Körber in Schwitzen. 1.514 zu 19, eine der besten Viertelstunden der aktuellen Drittliga-Saison geht zu Ende. Hoffentlich spielen die Teams auch weiterhin mit offenem Visier, 1.414 zu 17, jetzt legen die Hausherren wieder den Vorwärtsgang ein und holen mit einer abgefälschten Hereingabe den ersten Eckball heraus. Philipp Steinhardt zirkelt den Standard scharf auf den kurzen Pfosten, Nils Körber ist gerade noch mit dem Fäusten zur Stelle. 1.314 zu 16 im gegenüberliegenden Sechzehner bringt Baschkümrenneke eine tolle Hackenvorlage auf den Elfmeterpunkt, von wo Mark Haider frei zum Kopfball kommt. Der Versuch ist jedoch zu ungenau und landet genau in den Armen von Marco Hiller. 1.1114 zu 15, nun haben sich die Löwen wieder gefangen und drängen durch Sascha Melders Zentralrichtung Strafraum. In aussichtsreicher Position wird der Routinier per Grätsche zu Fall gebracht, doch der Schiedsrichter steht genau daneben und gibt keinen Freistoß. 1.014 zu 13, was ist das für ein toller Auftakt in die Partie? 1.860 legt er eigentlich den engagierteren Start hin, doch auch. Die Gäste sind bereits hellwach und vor allem effizient, 914 zu 12, der Tabellenführer bleibt am Drücker. Ein Konter über Anders Wachim scheint bereits verpufft, denn der Mann mit der 10 legt auf der linken Seite schon wieder den Rückwärtsdrehung ein. 20 Meter vom Kasten entfernt zieht er jedoch aus der Drehung ab und setzt eine Bogenlampe nur knapp am langen Pfosten vorbei. 914 zu 12, gelbe Karte für Stefan Lex, TSV, 1860 München, 714, 09 Tor für VfL Osnabrück, 0 zu 1 durch Benjamin Geert mit dem ersten gelungenen Angriff. Gehen die Gäste in Führung. Baschke Mrenneke flankt von der rechten Strafraumkante auf den zweiten Pfosten, wo Benjamin Geert am höchsten steigt und aus kurzer Distanz zu seinem zweiten Treffer im zweiten Spiel einig. 514, 08 schon wieder befindet sich 60 im gegnerischen 16er. Stefan Letz leitet zu Sascha Mölders weiter, der am linken Pfosten frei auftaucht, aber auch deutlich im Abseits steht. 414, 06 auf der Gegenseite dringt Stefan Tigges über die linke Außenbahn vor, tritt in Tornier aber unglücklich Herbert Paul auf den Fuß. Es geht mit Freistoß für die Löwen weiter, 214, 05, 1860 verbucht die erste Gelegenheit. Nico Kager hat nach einem hohen Ball aus der eigenen Hälfte viel Platz, dringt von links in den 16er ein und visiert das lange Eck an. Die Kugel zischt nur knapp am Pfosten vorbei, 114, 04 das Leder rollt. Der Spitzenreiter tritt heute in den knallgelben Auswärtstrikots an, 14.01 der Mann in schwarz führt die Teams auf den Platz. In Giesing herrscht gute Stimmung, die Heimfans grüßen mit blauen und weißen Luftballons und auch aus Osnabrück sind rund 1500 Anhänger mitgereist. 13.55 Uhr Schiedsrichter der heutigen Partie ist der 33-jährige Patrick Alt aus, Illingen im Saarland. Ihm stehen Manuel Bergmann und Benedikt Seiler zur Seite. 13.48 Uhr insgesamt gingen vier der letzten acht direkten Duelle an die Münchner, drei in Dittem Römi. Der letzte Will-Sieg gegen 1860 ist schon zwölf Jahre her. Im Dezember 2007 sorgten Thomas Reichenberger mit einem Doppelpack und Thomas Kishon vom Punkt für den 3-0-Erfolg in der 2. Bundesliga, 13.45 Uhr. Doch im Hinspiel am dritten Spieltag hatte Osnabrück bereits große Probleme mit den Löwen. Grimaldi und Lorenz brachten 1860 gar komfortabel in Führung, Farona Pulido und Alvarez mit einem Treffer in der Nachspielzeit verhinderten gerade noch eine Heimniederlage und sorgten für den 2-2-Entstand. 13.43 Uhr der VfL könnte den Vorsprung auf die Konkurrenz im besten Fall auf acht Punkte ausbauen. Karlsruhe ist zeitgleich gegen Fortuna, Köln im Einsatz, Halle empfängt Jena und Uerdingen tritt in Mecken an. 13.36 Uhr 1860 ist eine kleine Wundertüte, die auf uns zukommt. Wir müssen da aufhören, wo wir gegen Mecken aufgehört haben, gut verteidigen und mit mehr Qualität nach vorne spielen, bedurnte Chiyun auf der Pressekonferenz. 13.28 Uhr allerdings muss der Spitzenreiter heute auf den gelb gesperrten Torjäger Marcos Alvarez verzichten. Für ihn rückt der 20-jährige Linksfuß Steffen Tigges in die Offensivabteilung. 13.22 Uhr will Coach Daniel Chiyun hat derzeit wenig Grund zu verändern, schließlich gelang seiner Mannschaft zum Jahresauftakt ein Derbysieg gegen Meppen. Ausgerechnet Benjamin Gier traf kurz vor der Pause zum 1-0 Erfolg gegen seinen Ex-Verein. 13.17 Uhr, wir wollen zeigen, dass wir auch gegen eine Spitzenmannschaft bestehen können. Wir dürfen keinen Respekt zeigen und müssen daran glauben, dass wir auch gegen Osnabrück etwas holen können, gab Birovka im Vorfeld der Partie die Marschroute vor. 13.14 Uhr damit ist heute wieder mit einem Dreier. Klappt, nimmt Cheftrainer Daniel Birovka zwei Veränderungen vor, Stefan Lex und der zuletzt verletzte Quirin Moll rücken für Kapitän Felix Weber und Eric Weger in die nun deutlich offensiver ausgerichtete Startelf. Winter-Neuzugang Prinz Uyozu nimmt erstmals auf der Bank Platz. 13.05 Uhr allerdings liegen fremde Plätze, den die Singern sowieso nicht. 5 seiner 6 Dreier fuhr der TSV an der Grünwalder Straße ein. In der Heimtabelle liegt 1860 damit gar auf dem vierten Rang. 13.04 Uhr zum Auftakt in das neue Fußballjahr mussten sich die Münchner Löwen im Schnee treiben von Lotte mit einem 1-zu-1 unentschieden begnügen. Niko Kager brachte 1860 früh in Führung, Pettersson-Chateau glich allerdings kurz nach der Pause aus. 12.56 Uhr schönen Nachmittag und herzlich willkommen zum zweiten Drittligaspieltag im Jahr 2019. Der heimstarke TSV 1860 München empfängt den seit 14 Spielen ungeschlagenen Spitzenreiter VfL Osnabrück. Anstoß ist um 14 Uhr.